Oh jetzt... Da hat jemand geschrieben, time for joint. Time for... Zeit für ein Joint. Ja, ja, klar. Grat. Ewisch. Coole Sache, meine Hände frieren gerade, obwohl ich schön in einem Pullover eingewickelt bin. Das interessiert nicht viele. Nö, aber... Ey, yo, wir sind die ersten beiden. Ich will die Bombe, ich will die Bombe, ich will sie, ich will sie. Ja, du darfst sie, ich will sie nicht. Ja, ich hab sie. Eskorten mir. Eskorten dir. Ähm... Achtung! Boah, nein! Ich hab mich in... Ich hab mich inlegen müssen. Fuck, das war der Tod nicht. Oh, ach so, das war einer oben. Na, der da oben, der hat mich dann, ja. Och man, ey. Aber dein... 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 Dein, äh, Killer, den habe ich. Ja, nee, nee, der von oben hat mich ja gekehrt. Ach so. Es waren zwei oder drei, die mich... Die auf mich abgezielt haben gerade. Oh, man. Monkey Ass Country, United Kingdom. Shit, wow. Guck mal, die Map... Äh, bist du noch drin? Nein. Die Map heißt jetzt Shit, wow. Also, ja. Oh mein Gott, das war einer... Oh, Leute, da hat sich der runtergekampt. Und das Auto. Burschmann. Ach so, ja, stimmt. Alter, der... Burschmann, ey. Das ist so ein richtiger, wird wirklich Camper. Oder war er doch, hä? Hast du ihn gesehen? Ja. Der hat in dem Moment abvisiert. Äh, was macht er? Warte schon wieder einer? War der nicht schon? Äh, oh, Junge. Der hier? Okay. Was macht er für den Mist? Für den Müll. Oder waren wir mal Sniper? Oh, nee, die war nicht. Wow. Lol. Was war... Wo war der? Alter, was war da los? Ach so. Ja, da, Burschmann, der Camper. Oh, ja, Mann. Connection into what's up. Na, super. Ich habe ja schon wieder die Bombe. Oh, fuck, fuck. What? Ne, warm. Ich hasse diese Tuber, ey. Oh, fuck. Man, irgendwie läuft das mit zu wenig FPS. Ganz ehrlich. Ja, irgendwelche Tuber, das ist auch kacke. Und noch einer. Das war hier so ein Tuber. Mann, wir müssen zusammen losgehen. Beim nächsten Mal müssen wir verteidigen, dann nehmen wir nicht irgendwas. Da, ähm... Burschmann kämpft schon wieder irgendwo. Das ist ganz schön ungesund für den Rücken, denke ich. Bläu, wie lief der denn da? Wie der kämpft. Nein, nein, das ist nicht ungesund. Das strömt einem einfach viel zu viel gut im Kopf. Das auch, aber es ist auch... Und der ist total unscharf bei mir. Warum? Ah, herzlos. Ah, so ist besser. Ne, guck, die macht... Oh, 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 nein. Spaß. Jetzt haben wir... Georgie, wo ist er? Drück einmal im Ausdruck und dann wieder... Moment mal, ja, stimmt. Ich habe dann doch gerade... Oh mein Gott. Ah, hier ist er. Oh, wenn ich schon diesen Hydrant hier stehen sehe. Oh. Psst. Psst. Das wird erst... Das wird das Special nächste Folge. Ach, schade. Ich finde, den hätte er echt fast gehabt. Welche Waffe hatte ich jetzt? Schusskla... Ah, ja, ich weiß welche. Ach, wann er... Hm, meine Grenade ist was ist. Der hätte den anderen, glaube ich, gehabt. Stupid House Camper. Egal, was man macht. Irgendwas labern die trotzdem. Okay. Bloß nicht reinrennen. Ja. Ich bin hinter dir. Woah. Hab ihn. Woah, fuck. Der hätte mich auch gehabt. Okay. Okay. Reicht. Reicht. Woah. Fuck, Granate. Achtung, da kommen welche gleich hier den langen Gang entlang. Ja. Na ja, es sind auf jeden Fall UAV-Typen. Da war einer. Aber ich konnte nix... Woah. Haben. Können wir uns vorbatteln? Weiß nicht. Sonst dann Grenade. Oh, jetzt hab ich keine Grenades mehr. Oh, voll, ist einer. Oh. Alter, weiß ich noch. Bist du noch da? Ja, gut. Ich bin noch da, ja. Äh, weiß wie lange. Erstmal hier lang. Er war grad, äh, last alive? Nein. Doch. Okay. Dann nicht. Oh nein, da ist einer. Hau ihn weg. Was hast du für ne Waffe? Oh fuck, nein. Oh, er hat dich... Oh, da ist Proxy. Oh nein, okay. Alter. Der hat den auch überknapp gehabt, ey. Boah. Alter, richtig noch abgezogen. Ganz knapp. Uhu. Uhu. Geil. Lol. Och, kommt schon. Nicht immer von hinten. Doch, kacke. Und alle mit ner Farmers. Farmers kann ich überhaupt nicht leiden. Äh, ich verwechsel das mal weg. Lol, der Name von Man Army, das war... Was hast du? Was hast du für eine? Ich? Ich bin schon weg wieder. Oh man. Changing Kit, aha, das ist lecker. Aber hast du gesehen, was der da unten für explosive Sachen alles hingepackt hat? Moment mal, hey, wie kann der mit Oma, äh, also mit One, äh, meinen Army ne Zweitwaffe haben? Na, Oma brauchst du nur in der Klasse mit der... Grenade, oder? Dann kannst du zu ner anderen Klasse wechseln und die kann... Grenade, mein... Grenade, oder was? Was? In ner Granatklasse, oder was? Nein, nein. Achso, ah, ja, 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 jetzt kann er nicht mehr zurückwechseln, verstehe ich. Genau, jetzt hat er keine Oma mehr. Er macht nur scheiße. Ja. So, ich wechsle mal ein bisschen hier rum. Zu unserem Mann. Das ist unserer. Und, okay, wo ist der andere? Ah, die sind beide hier. Okay. Wo rennt er hin? Er rennt hier lang. Aha. Okay, da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Er ist noch hier. Er ist noch da. Er ist noch hier. Oh, jetzt wird's knapp. Okay. Mann, können die mal was machen? Ist ja doof. Lol. Das ist ein Rücken, oder warum? Hm, hat er, hat er, der mit der Magnum hin geworden. Ach, hat er ja hingeworfen. Gut, da habe ich gerade in dem Moment gewechselt. OMG. Mann, das dauert mir echt zu lange. Jetzt blendt der natürlich. Das heißt, er kann nicht mehr defusen. Ah, jetzt hat der einen Kehl gemacht, ne? Ist ja episch. Los, renn da hin, Junge. Ja, Kain, 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 verdammt. Kain, alter. Alter, Kain. Renn, renn, renn. Okay. So. Ach so, jetzt muss er den nach defusen, ja. Das schafft er, lauter. Wie er sich im Kreis dreht, einfach. Ja, ja, das macht man immer. Weil's eh frisch ist. Ja, ja. Ich hoffe, die zeigen nicht noch, wie er die defused hat. Naja. Gut. Okay, wo kannst du lang? Draußen, ja. Er ist in Kontakt hier. Alle mit Granat, wer fängt hier drauf? Oh, fuck. Ja, hab ich. Ich hab gar nicht hier. Ich bin grad noch. Ja. Nein. 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 Oh, den hab ich nicht ge... Was? Never. Ich war doch schon in Entdeckung. Mann. Och ja, den letzten Schuss. Den letzten. Alter. Oh Mann, ich verkack. Ich verkack heute. Ich bin heute überhaupt nicht gut. So, überhaupt nicht. So, gar nicht. Alter Schwede. Leul, ich hab grad einen Double Kill gemacht. Ja, episch. Aber riesig. Richtig. Was hast du, eine Farmers? Ja, die war es. Was hast du, eine Farmers? Okay. Ah ja, du bist... Aber komm, ich hab... Ich hab vier andere gekillt oder sowas in diesem Spiel. Das ist total krass. Ey, du bist... Übe ist gut, ja. 6 zu 5 hast du... Ich hab 2 zu 5. Oh, du bist der Last. Oh ja. Das heißt, ich war auch Last Alive. Geil. Verdammt. Wo bist du? Ich bin unten in der Bibel. Ich seh' dich. Da ist jemand. Da ist jemand. Ab'n. Oh fuck, fuck. Fuck. Beim Mg oben. Nein, nein. Ah, alter, durch den Bücherschrank durch. So ne Scheiße, ey. Fuck. Ja, ich konnte ihn nicht holen, warte. Vielleicht krieg ich ihn noch, wenn ich hinrenne. Ne, sorry. Hat ein anderer für dich. Durch den Bücherschrank durch. Ja, ich hab's gesehen. Der Tisch. Bist du tot? Der hat dich richtig genommen. Ne, ne, ich bin nicht tot. Ich hab die... Die Ska. Ska-H-Grenade-Launcher. Ich hab'n gesehen. Ja, okay, dann. Episch, man. Einfach episch. Last kill. Yeah. Und alle können mich sehen. Perfektionist. Naja, es war ganz schön auf dem Körper. Ich hätt' eigentlich auf'n... Epic. Get raped. Okay, da wird jemand vergewaltig. Das will ich aber sehen. Okay, wo gehen wir hin? Äh, los nicht da rein, halt. Okay. Gucke, da kommt schon die erste Granate, angerollt. Ja, mich hat sie übel zerwischt, aber ich bin nicht tot. Geil, Mann. Ganz und ganz, gleich, nur die Granate angerollt. Okay, ich renne durch. Gut. Lol. Hier ist einer bei dem Gang. Ah, nein! Ich hab' zu tief gezielt. Ah, weil ich geblendet war. Ich hätte den gehabt, verdammt. Nein. Ich mach' auch. Ich schau' auch mal weg. Muss ich alles rausschneiden. Ah, fuck. Saut. Oh, episch. Geil. Okay. Du hast... ...Ska? Ich bin schon weg. Ach, du bist schon tot. Hm. Loll, Alter, so ein Camper mit der F-2000. Ja, ja, ähm, ach so, F-2000, ne, okay. Ich nehm' überleg' gerade, welche Waffe ich nehme. Du hast, ne? Ganz gute eigentlich. Also, UMP eignet sich eigentlich immer. Ja, das stimmt, hier ist übergeil. Na, Hen-Hen-Henwin. Ja. Na, der war ja auch ein Camper. Das war abzuwarten, dass der irgendwann drauf geht, natürlich. Genau. Na, der andere aber auch... Immer schön, die. Nö, überhaupt nicht. So, so. Da lang. Ja. Oh, ne, die haben UAV. Oh, wir haben auch. So, schön vorsichtig. Achtung. Sie haben beide... Halt da oben. Nein, ich hab' ihn gemessert. Eindeutig. Eindeutig. Oh, Mann. Das gibt's ja nicht. So, ich guck' mal den mit der Bombe zu. Den guck' ich jetzt auch zu. Ja, hatten. M21 EBR. Das ist von mir. Und steht in der Ecke. Genau. Ich nehm' doch wieder die andere. Oh, wie, ich geh' zum Müller. Okay. Den hat du auch klapp gemacht? Nein, das ist nicht um 12 oder so. Ja, den hat irgendjemand. Ja, ja, der hat... Ich guck' mal kurz, wie die anderen sind. Aha. Okay, okay, okay. Ist hier in der Ecke. Also, die sind so an völlig verschiedenen Orten. Keiner weiß wo. Jetzt kommt einer runter. Die laufen aneinander vorbei. Oh, fuck. Und tot. Oh, Mann. Aber, guck' mal. Wow, Blinky ist auch ein bisschen Camper, oder? Noch ein bisschen. Ja, wann wir irgendwo campen? Ich wär' eigentlich mal angebracht, wa? Und wieder als letzte... Ja, komm hier ans Haus, weil's episch ist. Das Haus ist episch, ja. Das stimmt. In der Zeit schlag' ich mal hier ein paar Ecken ab. Mach das. Ich kann mal besser rauskommen. Okay. Schade, ich hätte ihn fast gehabt. Loll, da drüben. Ja, ich hab'n...